Herzlich Willkommen bei André Talkt Anderswo, der Talkshow mit mutigen und wahnsinnigen Geschichten. Von und mit André Christen. Und das bin ich. Heute wieder mit einer Folge zum Lebensweg. Die letzte Lebensweg-Folge, da habe ich ein bisschen über Phasen und meine Kindheit gesprochen, aber die Folge davor, da ging es darum, dass ich mit einer Lungentuberkulose ins Krankenhaus gekommen bin. Und ich wollte euch heute ein wenig darüber berichten, wie es denn dann weiterging im Krankenhaus und was das auch für Auswirkungen auf meine Selbstständigkeit hatte. Ich hatte das in der letzten Folge schon erwähnt, dass ich ja eine One-Man-Show war. Das heißt, ich habe alleine gearbeitet in der Selbstständigkeit bei den Kinderfesten und auch bei Festen aller Art. Habe immer mal Unterstützung gehabt von verschiedensten Leuten, die ich dann für die verschiedenen Feiern und Projekte eben dann dabei hatte. Und ja, nicht angestellt waren, sondern halt beschäftigt waren für den Tag dann oder für die paar Tage, wo ich sie gebraucht habe. Aber ansonsten habe ich alles alleine gemacht. Da könnt ihr euch vorstellen, dass da etliches liegen geblieben ist. Also, ich gehe mal zurück. Und zwar, ich bin ja ins Krankenhaus gekommen. Es gab diese Bronchioskopie und ich war dann auf der Quarantänestation. Habe das Ergebnis mitgeteilt bekommen und es war klar, irgendwie zwischen acht und zwölf Wochen werde ich wohl auf der Quarantänestation sein. Am Wochenende drauf, das war irgendwie Anfang, Mitte der Woche und am Wochenende drauf hatte ich einen Riesenauftrag mit Kinderschminken über zwei oder drei Tage lang bei einer Tag der offenen Tür eines großen Unternehmens hier am Kaiserstuhl. Das war auch so ein bisschen Aushängeschild quasi dann für mich oder hätte es werden können. Ihr hört schon an der Formulierung. Ich konnte da natürlich nicht hin. Ich hatte dort zwei, drei Leute mit im Gepäck, die mich auch an dem Wochenende unterstützt hätten mit verschiedensten Angeboten für die Kinder. Das habe ich dann meinem Kunden angeboten, habe gesagt, die Sachen können laufen, aber das große Event des Kinderschminkens müsse ausfallen. Das war natürlich ein Desaster. Ich kann von Glück reden, dass ich keine Konventionalstrafe zahlen musste, weil das hätten die die Möglichkeit gehabt. Der, der mich da engagiert hat, war Gott sei Dank auch ein Endinger und kannte mich. Und ja, das waren ja wirklich sehr außerordentliche Gründe, mit so einer hoch ansteckenden Krankheit im Krankenhaus zu liegen. Es ging halt nichts. In der Woche kam dann auch noch das Gesundheitsamt zu mir ins Krankenhaus und hat mit mir gesprochen und hat mich gefragt, wie es denn aussieht. Und es müsste eine Umgebungsuntersuchung stattfinden, mit welchen Menschen ich denn so Kontakt hatte die letzten drei Monate. Das könnt ihr euch vorstellen. Ich habe ja viele, viele Kindergeburtstage gemacht. Zwei bis drei die Woche. Das heißt immer so irgendwie zehn, 15 Kinder betreut an dem Nachmittag und viele andere Dinge gemacht. Ich war im Stadtrat in Ending, habe da an den Sitzungen teilgenommen, ein bis zwei Mal in der Woche. Und, und, und. Es war also wirklich, ich habe wirklich mit vielen, vielen Menschen zu tun gehabt. Und das Gesundheitsamt hat gesagt, sie sind selbstständig, was haben sie für einen Betrieb, was machen sie? Okay, ich will sie darauf hinweisen, sagte die Dame vom Gesundheitsamt. Das kann absolut geschäftsschädigend sein, wenn wir jetzt damit an die Öffentlichkeit gehen. Wir müssen aber an die Öffentlichkeit, vielleicht nicht in der Zeitung, aber wir müssen ja diese Menschen alle informieren und müssen gucken, ob sich da irgendjemand angesteckt hat. Weil das ist eine meldepflichtige Krankheit und dem muss dann nachgegangen werden. Und da konnte ich Gott sei Dank mich zurücklehnen, mehr oder weniger, und sagen, okay, ich habe eh vor, im Februar wegzuziehen von Ending. Weil das war ja für mich schon klar, die Menschen drumherum wussten das teilweise auch, noch nicht alle, aber ja, wussten doch schon einige. Und dann hat sie gesagt, okay, dann haben wir ja im Prinzip freie Hand, weil sie werden ja definitiv nicht mehr in Ending sein. Da sage ich, ja, sie können schalten und walten, wie sie wollen. Der ganze Stadtrat musste zum Gesundheitsamt und sich überprüfen lassen. Dann hatten die kurzfristig überlegt, weil auch die Ferienspielaktion mit knapp 200 teilnehmenden Kindern war in diesem Zeitraum mit drin, hatten die echt kurzfristig überlegt, ob sie das alte Röntgenmobil nochmal einsetzen an der Schule und den Bus vom Gesundheitsamt auf den Pausenhof packen und da reihenweise die Kinderröntgen und gucken, ob sich da irgendjemand angesteckt hat. Das haben sie dann tatsächlich nicht gemacht, aber es wurden alle Gäste, ich musste dann die Adresslisten rausgeben quasi, alle Geburtstagsfeiern, die ich durchgeführt habe, wurden darauf hingewiesen, wurden angeschrieben und denen wurden geraten, natürlich dann sich selbst auch testen zu lassen und es wurde geraten, allerdings das war, soviel ich weiß, nicht verpflichtend, auch alle Gäste von diesem Kindergeburtstag eben zu informieren. Also es gab eine riesige Umgebungsuntersuchung auf jeden Fall. Es ist so, dass ich, als ich entlassen wurde, haben die Leute auf der Straße tatsächlich auch die Straßenseite gewechselt, weil sie wussten, ich habe diese gefährliche Krankheit, früher hieß das ja Schwindsucht und ja, das war dann schon ein bisschen komisch und seltsam, aber da ich ja von Ending weggezogen bin dann Anfang Februar im Folgejahr, das war ja dann irgendwie, ja, Mitte, Ende November bin ich entlassen worden, ich war tatsächlich nur viereinhalb Wochen drin, weil sie die ganze Zeit versucht haben, irgendwie diese, ja, diese offene Tuberkulose nachzuweisen und das ist ihnen letztendlich nicht gelungen. Das heißt, ich habe wahrscheinlich eine verkapselte Lungentuberkulose gehabt, die eben nicht streut, weil es wurde in dieser riesigen Umgebungsuntersuchung nicht ein Fall gefunden und man hat dann angenommen, weil das die einzige Quelle war, auch wenn sie das jetzt ein bisschen doof anhört, ich war zum Kinderschminken bei einer Firma und in der näheren Umgebung gab es ein, damals hieß das Asylbewerberheim und da waren halt viele Kinder, ich weiß gar nicht mehr aus welchen Nationen die da waren und die kamen immer rüber in dieses Kinderhaus, in dieses Kinderklamottengeschäft und wollten sich schminken lassen und der Besitzer hat auch gesagt, wenn genug Zeit ist und nicht ein Haufen Kunden im Laden stehen, darf ich die gerne auch schminken. Und dann habe ich das halt auch getan und man nimmt an, dass ich mich dort angesteckt habe. Aber auch dort konnte man das nicht, also dieses Heim wurde nicht untersucht oder so, insofern ist das alles unklar gewesen, wie das war, aber es gab eben keinen anderen Anhaltspunkt außer diesem Heim, wo man das vermuten könnte, dass das eben aus Ländern, die noch nicht komplett so durchgeimpft sind und wo es eben die Lungentuberkulose durchaus noch gibt als Krankheit, ja, dass es von dort kam. Also es war sehr spannend, aber es wäre absolut geschäftsschädigend gewesen, wenn ich weiterhin in Ending tätig gewesen wäre. Ich mag mir gar nicht ausmalen, wie das dann gewesen wäre. Naja, das war ich aber nicht und insofern ging das dann alles relativ gut aus, aber es war schon sehr belastend für mich auch, auch psychisch belastend, weil da natürlich alles zusammenfiel, auch was meine finanzielle Situation anbelangt. Es kam dann alles auf mich gestürzt und ich musste dann gucken, wie ich damit klarkomme. Das war nicht einfach, aber meine Familie hat mich da wieder mal sehr unterstützt, meine Mutter, meine Oma und haben mich da irgendwie oder haben mir da irgendwie rausgeholfen aus der ganzen Misere, sodass ich dann im Februar 1997 dann an die Nordsee gezogen bin. Ich glaube mal, das wird dann die nächste Folge zum Lebensweg. Da nehme ich euch dann mit auf die Reise, meinen Umzug an die Nordseeküste. Das war nämlich auch sehr lustig und da gibt es auch das ein oder andere zu erzählen, wie es dann dort an der Nordseeküste weiterging für mich. Ja, jetzt wünsche ich dir einfach nur noch einen, oder was heißt nur noch, ich wünsche dir einen wunderschönen Tag irgendwo anderswo. Ganz lieben Dank fürs Einschalten bei André Talkt anderswo. Wenn dir diese Folge gefällt, darfst du sie gerne teilen. Danke für deine Unterstützung. Danke lieben Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Snh-tenった. Vielen Dank.